Musik 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 Und runter, hab ich doch grad schon gesagt Es sind Dome 2 Lieder, man. Echt, ich bin Detektiv. Wie mach ich das denn? Geh weg, geh weg, geh weiter weg, ich schicke das Dome. Hallo, ich bin der. Einmal minimieren und dann kannst du CS-Dome starten. Ok. 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 Was ist das hier, du scheiß Map? Ey, hallo. Was denn? Die beste Map? War gut. Counter-Strike-Sword. Billy ist da oben. Friendship Beam! Ich glaub Billy war's. LOL Wo ist das denn? Ich glaub Billy war's. Ich glaub Billy war's. Eigentlich hat es. Ey, hör auf! Lars schießt schon wieder einfach! Lol, ich dachte du wär's Billy, ich hab nur ein B gesehen. Ah, Billy! Bin's nicht. Kannst mich erschießen. Nee, ich bin Detektiv, ich erschieß gar keinen bis jetzt. Ist Billy tot? Doch, ja Max. Max ist tot. Ey, Mavic. Ich lege noch. Ey, Mavic. Oh Gott. Du hast geredet. Alter, Max! Max! Was schießt du hier? Sag mal Max. Dostal? Oh, nee, das war nicht Max. Wir haben Dostal geschossen. Ey, Dostal liegt gerade gut. Alex, wir sind alleine, ne? Ey, Mann. Jemand hast geschossen, ja? Ich hab mich geschossen. Alex. Wir sind alleine. Wann willst du denn von mir, Junge? Komm, es ist Alex. Du glaubst, es ist Alex? Ja, weil ich Detektiv bin. Das macht Sinn. Ja, eben. Wie schlecht, Bilal. Okay, dann ist es halt Lars. Gleich bin ich's, ne? Ja, das ist safe. Ich hab Bilal. Okay, gut. Los, Schildkröten. Ich werd' beschossen. Ja, die Schildkröten sind das. Die Schildkröten sind das. Die Schildkröten sind das. Jo, alter, die rasten mega aus. Ja, Lars hat grad auf mich geschossen. Deswegen hab' ich nur noch 45 HP. Ist noch mehr tot. Was ist das? So voll und dies. Dann ist immer Lars am Max. Ja, Lars hat grad schon auf mich geschossen. Nice. Max. Alter, Max. Du warst Traitor und ich hab' dir vertraut. Bitteschön, Alex. Aber Marvin, wer hat dich schon gefehlt? Pick dich! Warum kam da plötzlich was aus'n Himmel? Das war der scheiß Friendship Bean. Ich wusste, du warst das. Was kam aus'n Himmel? Der scheiß Schildkröten, Alter. Ich werd' nie wieder Schildkröten werfen. Oder Frösche. Ich versteh' nicht, warum der Melon-Launcher hier nicht drin ist. Ich versteh' nicht, warum nicht die One-Shot-AVP hier drin ist. Vielleicht sind zu viele drin, Max. Wie, die ist drin, Max? Wo? Das sind sogar zwei Stück drin. Einmal eine mit zwei Stück. Aber die sind nicht One-Shot. Doch. Was ist die? Die sind doch nicht One-Shot. Endlich schon. Hab' ich auch schon. Ich hab' auch schon mit. Die haben mich gerade getroffen. Manchmal... Ich hab' schon welche gewone-shottet. Hier, diese mit... Die TTT-Liga ist auch nicht drin. Denno. Fuck, Alter. Bei mir haben die nie gewone-shottet. Da mach' ich ja mit das aus mit der Match. Oberer... Ober... Also Überkörper. Da hinten ist... Ah! Da hinten ist Niklas. Er ist Detektiv. Max. Wer ist Detektiv? Äh... Niklas. Wieso ist er? So, da hinten ist Max. Du bist du?! Hä? Bilal. Hier drüben. Hallo. Hallo Bilal. Hallo. Kax? Ist was explodiert? Da haben wir noch eine komische... Äh, eine komische Waffe. Das ist ein Siegel. Ich weiß nicht, wenn ich gemeint bin. Willst du mir hinterherkommen oder nicht? Da ist einer runtergefallen. Wer ist runtergefallen? Ich. Tot? Ja, würde er glaube ich nicht reden, oder? Obwohl, doch ist Lars. Vielleicht schon. Ja. Kann man da hoch? Leut, wie cool. Okay, die Map ist vielleicht doch nicht so scheiße. Wer lebt noch? Hallo? 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 Ja, Lars liegt da unten. Lars ist tot. Jawohl. Ist er unten gefallen? Ja, der ist tot. Okay, wer lebt jetzt noch? Max, kannst du mal runterspringen und gucken, was da war? Na, ist der Lars? Okay. Nee, ich glaube nicht. Kann man hier die Musik dann machen? Also, die Map ist ja auch so richtig, ne? Wie der andere. Sehr cool. Hier ist der Traitor-Tester, by the way. Hier, äh, beim Pool. Wie lange dauert's ein bisschen, bis ich bei dir bin? Was ist denn das? Bilar schießt auf mich. Bilar? Ja, hab ich nicht getroffen, aber er schießt auf mich. Bilar? Ich schießt auf Bilar. Bilar rennt. Wo ist denn Bilar? Der war bei den zwei Türmen. Wo du in der Mitte durchlaufen kannst. Bilar, du kleiner Schlinge. Warst du wieder Traitor? Bist du noch? Ähm. Der ist immer noch hier. Ohohohoho. Ruhe aus von hier oben. Ja, jetzt sind alle tot aus der ihr beiden Schwanzlüpfe. Alex? Ja, ich weiß, dass du es wirst, Robin. Ich bin's nicht. Ja, genau. Ich bin's nicht. Ich bin's wirklich nicht. Stirb! Ich bin's nicht. Ja? Max? Die. Ich habe ein Disconnect, hallo? Da ist er. Danke. Danke. Ich bin einfach runtergefallen. Ich hab nur was aufgelassen hören. Illa hat alleine gegen alle? Ich habe die ersten drei Schüsse mit der Deagle getroffen und dann wollte nichts mehr rein. Da kam die Pumpgun. Hätte nur einen Schuss noch getroffen müssen. War ja auch so schlau und feisty, weißt du? Mach richtig Sinn mit ihm. Ja, Marvin hätte mir auch einen Headshot drücken können. Genau, weil man auch nur deinen Kopf gesehen hat. Das ist kaum möglich, aber nicht bei TTT bei Marvin. Da ist eine andere Steuerung. Ja, ist echt hart. Oh Gott. Alter, wenn ich jetzt wieder TTT bin, ne? Alter, ich muss raus hier. Wieso? Wenn mir der Kopf wehtut. Hast du CSR-S100 geladen? Nori? Wer brauchst du noch? Benno, ich bin bei. Hier ist alles lila und so. Ja, das ist wenn du CSR-S100 geladen hast. Dann geh doch eben raus und dann kommst du gleich wieder. Hat da jemand geschossen? Er ist Stretchen. Ja. Rappen, Bramsche, wie soll's? Der ist los bei Andes. Hä? Kann man das Haus hier nicht irgendwie versprengen? Das ging doch irgendwie, ne? Da, 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 da. Aber wo geht das? Ja, Hollande, du versuch's doch. Da muss dir irgendwas angezeigt werden. Wird dir da was angezeigt? Vollandies? Ja? Ja. Nö? LOL! Juuuhu! Ohhhh! Haha, was geht, Max? Was geht von euch? Alter, hier sind eigentlich zu viele, ne? Oh Gott, hier sind ja alle! Sieh weg hier! Du bist tot, wenn du da hinten bist, oder? LOL! Wie geil war das denn? Hallo! Ich bin der Ninja! Hallo, Alex! Hallo, Alex! Na? Nein, ich möcht' ja nicht mal. Hi, Alex! Kann man stehen? Alex, ich hab hier was für dich. Nee, das will ich gar nicht. Na, Max? Hallo, Max! Na, wie geht's denn? Wie bist du da hochgekommen ohne zu sterben? Max, ich kann das mit dem AVP-Wall jetzt ausprobieren, wenn du magst. Was? Wir können das mit dem AVP-Wall jetzt ausprobieren, wenn du magst. Ja, dann kauf eine. Ja, Moment. Oh cool, die Kisten können auch brennen. Ja, hier ist auch grad, ich hab grad so'n, so'n Fass-Stück gesprengt und daneben ist einfach so'ne, so'n, so'n, so'n Brett angefangen zu fackeln. Nicht mehr einfach so'n Phillipelisten! ja ich wurde angesnipert und wo von den zwillingstürmen deiner mitte da kommt wer zu mir ja ich bin das was hier für ein raum du kannst auf den hand schon mal e drücken dann steht da was man machen muss das ist ein traitor raum da kommt noch wer wo jetzt bist du schon wieder oh gott keine fresse bist du paranoid ja durch das fenster sieht man den namen nicht lasst du heute noch mal läuft gerade einfach seine runden oder was ich kenne mich hier noch gar nicht aus da lebt denn noch alles alex max ja willst du auf mich schießen sagst du alex willst du auf mich schießen dann war ich tot da stand aber ein schönes fass hinter dir ich hab auch auf irgendjemand mit dieser feilung geschossen das hat überhaupt nicht getroffen mich ich hab max versucht zu finden aber ich hab ihn nicht gesehen du hast in deinem Leben geschossen aber irgendwie dachte ich auch du hättest mich eigentlich getroffen hier warst du zwischen den zwillingstürmen wo hast du dich versteckt max lol ja da wo ich vorher war zwischen den zwillingstürmen ne 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 ich bin da weggelaufen ganz schnell dann und war dann wo ganz anders ich hab ja wieder gewonshotet das hab ich gesehen dann hab ich dich gesucht und ich stand da die ganze zeit wo ich ihn auch getötet hab soll ich dir eine geben ich bin dann weg nein nicht ich geh auf suche geh jetzt weg neno la Niklas 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 ist weg ich bin so teckel ich weiß nicht wo ich hier springen kann und wo nicht was war das ist jemand auf mich wird geschossen auf mich wird geschossen auf mich wird geschossen ich wurde gerade angestupst ich bin beim Traitorraum und einer ist glaube ich in diesem Turm und der Niklas ist auch ne billig ich wurde angestupst im Moment nichts machen ja ist klar aber stimmt ist das den Traitor zuerst? Julian! Hallo Julian! Hallo! Hallo! hab ich mir geschossen? oh Gott war er am Essen Arschwürfer Ist du uns hollandais? oh ja verliebt noch hallo 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 ich bin bei uns hollandais da oben ist da oben ist hat der Niklas das jetzt auch ja magst du das Spiel mehr Niklas? da hat er nicht auf mich geschossen was ist hier oben einfach alles hing Alter von wo er hat das weiß es nicht ich hab nur so ein ein schlanken einer vom Tor aus vom Tor aus meinst du ihn da? oh ich wurde schon wieder angestupst Moment bitte nix machen das ist jetzt aber Clara he he zack Junge hallo Clara hallo hallo das geht hi Clara Max da musst du gleich die Traitors hochstellen ne? ich traue ihm kein bisschen ah nein 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 Marvin ist runtergefallen jo war wie bei Traitor wo war das denn? über dir die ganze Zeit oh nein warum hab ich denn nicht geguckt? ey ich hasse es wenn ich runterfalle guck mal meine Punkte an also Clara und Julian ja? wenn ihr mitspielen wollt müsst ihr vorher auf meine Steam Seite gehen ihr braucht Evolve nicht starten das Programm brauchen wir gar nicht ja Alex ja ja vorher geht ihr aber auf kappe vorher joint ihr aber auf meine auf meiner Steam Seite da ist nämlich da ist ein Guide da ist ein Guide wo ich alle alle Downloads runtergeladen hab wo ihr einfach auf einen Knopf klicken könnt und ihr abonniert alle gleichzeitig aber ich hab doch jetzt schon alle oder hast du noch mehr runtergeladen? ne 1 GB aha okay und jetzt zur ne oben steht einmal alle abonnieren ach da ach ich bin inno das war so scheiße grad Alex sorry ich trinke ihm was ich trinke ihm was und jetzt brauche ich aber trotzdem die IP IP brauchst du nicht nein brauchst du nicht du gehst einfach in Gary's Mut rein und du genau muss ich das ganze Spiel neu starten oder was? aber ich hatte doch das Problem dass ich mich bei Freunden besitzen kann doch das geht Lars testen was ich hab dich zu verarschen so ein Arschloch war nur ein Spaß Marvin hat nichts gemacht war nur ein Spaß ich weiß nicht ich weiß nicht mehr wie viel sind wir denn 1,2,3,4,5 und 3 kommen noch oh da sind wir genau ach ist perfekt dann haben wir 3 Traitern aber so viele waren wir ja noch nie oder? ne Niklas ist auch nur noch zugekommen ja Fabi würde nachher bestimmt auch noch eine Runde mitmachen Hi Marvin ich hab mich grad mega verschluckt Hi ich hab mich grad mega verschluckt 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 aber du warst grad ganz oben Traitern oder nicht? ja hier guck mal hier links wo ist denn der detective find? weiß nicht ich glaub das ist der Traitern hinter dir ist er das ist so ein Traitern da musst du sich bestimmt hier drauf stellen oder so warum fallst du mich? warte mal was steht da oben rechts du must find in active all while mach mal eh Clip da drauf nein aber hab ich nicht drauf ab ja aber ich bin doch so ja boah ich hab mir gehört nein ich bin doch da waches na hast du Marvin verfolgt mich die ganze Zeit Ich hab dir ein CSS-Script gekauft. Ich hoffe, das klappt dann diesmal. Was hast du? CSS hab ich mir gekauft. Das hättest du doch nicht machen, bisschen. Ja doch, wegen den Maps. Das war ja für 6 Euro ein Angebot. Mr Detective. Und dann hab ich's auch mal gespielt und das Spiel ist echt scheiße. Ich glaub, der NASA ist super. CSS ist super. Die Reaktionen sind richtig langsam. Du hast ja gestorben. Marvin ist es. Wo ist er? Pies auf ihn. Addon 3 von 84? Manchmal treffe ich überhaupt nichts, das zu kotzen. Er hat mich da mit dieser Puppe getötet. Alter, war ja klar Marvin, wie du mir die ganze Zeit gefolgt bist. Musst du mir auch einfach mal vertrauen, Vila. Vila, lass uns gemeinsame Sachen machen. Dann wär das alles schneller. Ja. Das sieht alles normal aus. Ja. Ja. Du willst das viel schneller hinter dir haben, als die hinter dir haben können. Boah, jetzt hat alles geblinkt und geleuchtet. Nö. Alter. Hast du CSS untergeladen? Das sind Kisten hier. Ja, Clara wär auch nicht stolz auf die. Die hat sich das CSS extra gekauft. Was denn? Das ist voll Geldmacherei. Dass du jetzt, dass du jetzt extra CSS kaufen musst. Ja. 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 Aber das nervt doch richtig mit dem Error und dem Lele. Ach. Ich bin detektiert. Ah! Irgendeiner hat mich angeschossen. Ja, aber CSS ist ja auch nicht teuer. Alex, Alex, Alex. Okay, das war für 6 Euro und dann hätte man auch noch 10. Alex? Ich bin nur an die da vorbeigegangen. Ja, ja. Hm, easy. Kann man ja mal spielen. Oh. Oh, hübsche was. Ey, Julian. Äh, Julian sag ich. Dostal. Was denn? Was, ich kann. Dostal. Hinter dir. Ja, wird etwa auch schon Dostal genannt. Auf mich gut geschossen. Ich hab 13 HP. Ich hab 13 HP. Ich hab mich gut geschossen. Ja. Weißt du von wo? Von der Mütze aus, glaube ich. Irgendwo. Ich hab keine Ahnung. Wir sind Alex, alles klar? Ja, wir müssen mal kurz mal angucken, welcher Name da steht, weißt du. Jo. Kannst du zu mir kommen? Ich brauche Leben. Wo bist du denn? Was ist der Wildschatten? Na, ich seh dich. Guck mal weiter rechts. Äh, links, weiter links, weiter links. Links, links. Ja, siehst du mich? Nein, weiter rechts. Hier, guck mal auf den Baum, der vor dir steht. Lol. Marvin ist abgeschossen worden. Von wo? Hallo. Jo. Von den Doppeltauern. War lecker, danke. Sicher? Ach, wo muss ich anfangen? Ja, ja. Ich bin hier, aber ich hab eine M4. Ich war das nicht. So wie ihr umgekippt ist, war das von den Doppeltauern. Oh fuck. Ja, also ich bin hier, aber ich hab eine M4. Ich war das nicht. Äh, äh. 12.8. 2. Ja, Lars ist es. Ich hab ihn getötet. Er war eh nur. Lars hat auch wieder irgendwie geschossen. Ja, vielleicht, ähm. Geil. Ich hab keinen Bock mehr. Ah, hast du es ja auch gescheitert. Ähm, vielleicht. Nein. Oh, mach mal. Fuck. Lars, schieß den Mann auf irgendwelche Leute. Ich hab auf Dosta geschossen, weil der mich angeschossen hat. Ja, ja, ja. Dann sag doch vorher und schieß mich irgendwie. Ja, ja. Ich hab mir gleich da. Ja, ich hab mir gleich da. Ja, ich hab mir gleich da.